Aprilwetter am 19. März oberhalb von Bötzingen am Kaiserstuhl. Dort der Blick auf den Steinbruch. Da geht's Richtung Ortenau. Eichelspitze mit Eichelspitzturm. Heute stürmisches Aprilwetter. Der Schwarzwald voll im Regen. Im Hintergrund sieht man Freirurg schon recht dunkel. Weiter Blick Richtung Südschwarzwald. Der hochblauen Wochenwolken. Und hier dann der Blick über das weite Tal.